Herzlich willkommen zu Ihrer Einweihung der Spielbodenbahn. Ist es ein sportliches Zimmer? Nein, wir hatten ein sehr sportliches Zeitfenster. Das Problem ist, dass es mir viel Grösse auspringt. Das Problem ist, dass es mir viel Grösse auspringt. Das Problem ist, dass es mir viel Grösse auspringt. Heute ist ein grosser Tag, nur für die Bergbahnen, sondern auch für die ganze Ferien- und Destination. Wir dürfen am heutigen Tag die Neu-Spielbodenbahn mitnehmen. Alle, was ihr bräuchten und segnen, für einen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Amen.